Schauen wir auf der Map, wie wir jetzt am schnellsten zu Sam kommen, um die nächste Mission zu planen, die gleich hier bei Camp Delta ist. Schauen wir uns, was uns im Camp Delta erwartet. Ich hoffe, ich habe genug Festplattenspeicher für die Aufnahme. Fällt mir mal gerade so ein, ich bin ja jetzt schon wieder ein bisschen am Aufnehmen. Heute ein bisschen länger als die, ja, als eigentlich sonst überhaupt. Ja, ich fahre das kleine Stückchen mit dem Auto. So, dann wechseln wir das Auto, denn wir müssen anscheinend mit dem Auto hier fahren. Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Ha, das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. Oh, ich muss selber fahren. Ich würde lieber schießen, denn ihr wisst ja, was das heißt, wenn ich es fahre. Ja, muss ich jetzt aussteigen, oder? Oh, ich muss jetzt aussteigen, oder? Oh, ich bin hier gerade verwirrt, denn ich habe ja, er hat ja gedacht, ich soll nah genug ranfahren, aber noch mehr geht auch gar nicht. Ich glaube, das wird jetzt erst mal wieder ein Fail, weil Sam tot ist. Okay, das hier bringt also gar nichts. Also irgendwas scheint nicht da falsch verstanden zu haben. Ich glaube, so oft bin ich noch gar nicht gestorben, wie jetzt in dieser Aufnahme. Was? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Los, mach doch irgendwas. Ich verstehe es echt nicht. Ich kann ja nicht da reinfahren. Wenn ich rückwärts andocke. Um auch so gut rückwärts gucken kann hier. Jetzt habe ich mich hier festgefahren. Alter, der macht wirklich einen Scheiß. Also ich habe hier echt keinen Bock, weil der scheint mich das zu machen. Was er eigentlich machen soll. Zumindest so, wie ich das verstanden habe. Er soll ja auf die Fässer schießen. Und wenn ich da drauf schieße, hat das ja wirklich keinerlei... ...Auswirkung. Ach, ich muss hier... Aha, jetzt macht das Ganze einen Sinn. Okay, ich komme hier gar nicht raus. Natürlich gerade ein bisschen schlecht. Ach, ficken Arschlecken hier. Das macht doch hier, ich könnte ja... Was ist denn heute los? Heute ist der Wurm drin. Verdammte Scheiße hier. So, jetzt sind natürlich wieder alle Gegner respawnt. Ach, das hier ist angeblich schon in die Luft gesprengt. Obwohl es noch steht. Kein Problem. Gut. Macht aber nichts. So, die beiden fahren auf Platz. Auch wenn hier anscheinend ständig Leute respawnen. Arschlecken. Das hier macht echt keinen Spaß gerade. So, Sam, weh, du verreckst jetzt. Okay, hier bin ich jetzt ein bisschen zu unvorwichtig rein. Also, passt schon. Also, hier passt schon jetzt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich hier... ...gebarrikadiert haben. Mehr oder weniger. Und ich weiß immer noch nicht, wie man Granaten wirft. Damit. Dammt. Oh, oh. Was ist denn hier dieser Alarmknopf? Den würde ich gerne rausschalten. Der muss doch hier. So. Sagt kaputt. Nö. Aber jetzt. So. Als ob das was bringen würde. Natürlich nicht. Schnell hier runter. Und dann auch hoffentlich schnell wieder raus. Munition. Schön. So. Und wo ist der Ansatz für das C4? Natürlich spawnt da drin einer. Ach ne. Draußen ist das. Du brennst. Also das heißt du stirbst jetzt. Ich brenne natürlich auch. Das ist der beste Tag meines Lebens. Alles für die nächste Bombe. Da sind zu viele von diesen Lagern. Sie ist aus dem Entschluss. Scheiße hier ey. Echt. Verdammt. Kommt mir das jetzt nur so schwer vor? Oder hattet ihr auch Probleme dabei? Also für die Leute, die es gespielt haben. Verdammt. Das ist der beste Tag meines Lebens. Verdammt. Das ist wirklich zu viel. Aber es passiert zumindest was. Es ist ja, also ist ja schon Action. Aber das hier ist wieder dieses. Das könnte ein Call of Duty jetzt sein. Hier 100.000 Dinger. Alles explodiert. Mein Gott. Das haben wir doch bei Call of Duty. Spielt das überhaupt noch jemand? Außer jetzt diese. Hä? Jetzt rückelt es auch noch. So. Ein Feind müsste hier sein. Der Dicke da. Okay. Ich habe. Nein. Ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Feuer löschen. Natürlich. Kein Feuer in der Nähe. Jetzt ist Feuer in der Nähe. Jetzt will er es aber nicht löschen. Jetzt benutzt er sein Medikit. Schön. So. Seit langem mal wieder den Tank getroffen. Ich muss. Wo muss ich denn langen? Einmal hier hinter. Ah ja genau. Deswegen war der Dicke auch da. So. Nachdem wir jetzt wahrscheinlich noch einmal sterben haben wir dann die vier Tanks mit sechs Toten. Haben wir es dann geschafft. So. Der letzte. Oh. Habt ihr das gesehen? Die wollen da einfach... Sowas hasse ich ja. Sowas hasse ich ja echt. Oh ja. Ihr könnt mich alle mal im Arsch lecken. Wie dem auch sei. Auch wenn ich ihn nicht lebend rauskomme und gleich hat zwei Sekunden hier steht. Du bist die Mission geschafft. Ich denke ich wäre leicht genervt. Hm. Kommt er denn da drauf? Faltes Auto, ne? Das ist das richtige Auto. Wir können weiter. Ich verfliege, wenn man Spaß hat. Noch eins. Wie noch eins. An das Maschinengewehr. Ich gehe jetzt rein. Das ist der Lichtwacht da oben. Das ist genau das, was ich meine. Alles muss hier jetzt explodieren. Und da versucht natürlich das Auto in die Luft zu sprengen. Damit niemand anders geschützt geht. Allerdings. Sam, beeil dich. Bitte. Ah, so viele sind das ja gar nicht mehr. Zwei. Einer muss noch hier sein. Wir müssen jetzt explodieren. Wir werden alles in die Luft fliegen. Schön. Töte sie alle. Eierdumpf. Das ist ganz schön schnell, würde ich mal sagen. Fährt denn der lang? Der ist ja schlimmer als ich. Ja, so muss das. Der Sieg ist unser. Ihr schafft. Amerika, fuck yeah. Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, trifft mich an heutes Stützpunkt. Ich рисche, ich gehe schon mal. Nein. Alter. vodka.